Digga, hast du mich gerade erschrocken. Ja, also er will wohl doch nochmal im Video sein. Ich glaube, man hört ihn noch schnurren. Ey, das ist nicht für dich hier zum... Sollst du ja nichts dann rummachen. Puh, I doubt it. Also nebenberuflich, ich mache noch einen anderen Hauptjob. Mache ich hier kurz mal 50.000 nebenberuflich? Nee, vielleicht ist er auch ein Super Saiyajin. Ich weiß es nicht. So und so geht es aber nicht. Du musst hier genau nach unseren Vorgaben das spielen. Du darfst hier nur in diesem Bereich dich bewegen. Na klar, es hat ja auch mich getriggert. Dann bin ich auch überzeugt davon, dass ihr das nicht verlangen solltet. Quasi ein Auto verkaufen für einen Preis von einem Lamborghini. Und dann ist da aber ein... Ja, weiß ich nicht. Ein Haufen Schrott drin. Dass ich für einen Gig mal 50... Waren auch schon Euro. 50 Euro bekommen habe. Klar waren es schon Euro. Und das wäre auch nicht... Wäre auch nicht gut. Weil ihr habt am Anfang noch nicht diesen Wert. Jede Schule, jede DJ-Schule, jeder Workshop, egal was, jeder Kurs, der kann euch nicht von null bis dorthin befördern. Wenn du das nicht packst, also wenn du nicht das hinbekommst, dass du locker 35 Events nebenbei, neben deinem Hauptjob noch machst, dann wärst du quasi gehandicapt. Das ist ja schon indirektes Mobbing. Am Ende kommt es immer auf dich drauf an und dass du es auch umsetzt. Weil ich davon nicht überzeugt bin. Es bringt nichts, sich berieseln zu lassen, sich Input zu holen und dann aber damit nichts anzuwenden, das nicht umzusetzen. Ich habe so das Gefühl, er triggert aber damit die Leute auch tatsächlich in dem Sinne nämlich, aber nicht jetzt im Sinne von, dass die haten wollen und neidisch sind, sondern eher, dass die jungen, unerfahrenen DJs so ein bisschen das Gefühl bekommen, 50.000 nebenberuflich. Und dann sollen wir 35 Bookings machen, so easy peasy mal und noch einen Hauptjob und am besten ich habe. Und wenn ich dann noch Family und Kinder habe, ja dann, dann gute Nacht. Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin der Max von B&J Events und wir sind eine DJ Agentur und DJ Schule. In diesem Video habe ich wieder was ganz Besonderes für euch. Ich werde wieder auf den guten DJ Mike Hoffmann reagieren. Und zwar handelt es sich dieses Mal nicht um das Video DJ Agenturen. Sondern dieses Mal packt er aus, was verdient ein DJ bzw. was verdient er. Und ich möchte einfach darauf reagieren. Ich habe das Video schon mal gesehen. Ich hatte da auch eigentlich ursprünglich direkt, wo er das veröffentlicht hat, ein Reaction Video gemacht. Da hat aber dann was mit der Kamera und so weiter wieder nicht funktioniert. Wie so gerne wie bei mir. Wie so gerne wie bei mir. Wie so gerne bei mir. Ihr kennt es von mir, wer meine Videos verfolgt. Ich sage immer, ich mache es kurz und bündig. Dann wird es aber sowieso ein sehr langes Video. Also ihr wisst, was zu tun ist bzw. was euch erwartet. Ich werde erstmal einen guten Schluck Kaffee zu mir nehmen. Und dann starten wir mit der Reaction nach dem Intro. Bis gleich. Also erstmal einen schönen Kaffee mir gönnen hier. So. Kaffee. Weil das braucht man zu einer Reaction. Einen guten Kaffee. Nice. Okay, Freunde. Wir starten. Ich gebe es erstmal ein. Mike Hoffmann. Und da muss ich erstmal auch das Video finden. So, ich gucke jetzt gerade nochmal kurz, dass die Aufnahme läuft. So, hier haben wir es. Wie viel verdient ein DJ im Ja? Bevor wir mit der Reaction starten, möchte ich vorweg ein paar Worte sagen. Mir ist wichtig, dass wenn ihr auf was reagiert bzw. wenn ihr einen Kommentar, eure Meinung zu irgendwas abgebt, dass ihr das mit gutem Gewissen macht. Ich möchte hier niemanden schlecht reden. Ich möchte niemanden bashen oder niemanden zu nahe treten. Mir ist wichtig, ich reagiere auf dieses Video, weil ich das Gefühl habe, ich habe was dazu zu sagen. Und ich kann was dazu sagen. Denn ich spreche hier aus über 15 Jahren DJ-Erfahrung. Darunter über 8 Jahre DJ-Agentur betreiben mit über 50 DJs und über 250 Events im Jahr. Deswegen spreche ich da auch mit einem gewissen Fachwissen daraus. Und ich möchte hier einfach ganz transparent und versuchen, so gut es geht, objektiv eine Meinung abzugeben, was ich davon halte. Beziehungsweise einfach ein bisschen meinen Senf dazugeben, was er jetzt zu dem ganzen, wie viel DJs verdient oder kann, möchte, will, wie auch immer, hat. Und dazu zu sagen, wer ihn nicht kennt, DJ Mike Hoffmann ist ein Hochzeits-DJ. Der ist auch schon lange im Business. Er hat mittlerweile auch ein ganzes Team unter sich. Er betreibt auch eine DJ-Schule. Und deswegen, ich habe nichts Schlechtes im Sinne. Im Gegenteil, ich werde den Kanal von Mike Hoffmann natürlich hier oben verlinken. Auch das Video nochmal. Checkt es aus. Und ihr könnt auf jeden Fall bei dem guten DJ Mike Hoffmann viel lernen. Er hat sehr viele Videos, die sehr vielen schon geholfen haben. Deswegen lasst auch ein bisschen Liebe auf seinem Kanal da. Damit starten wir jetzt mit dem Reaction-Video. Wir gehen rein. Wie viel verdient ein DJ im Jahr? Ich bin gespannt. Wie viel verdient man denn als DJ? Diese Frage stellen sich sehr, sehr viele DJs. Und ich stelle oft fest, dass es gar keine offiziellen Zahlen dazu gibt, an denen man sich orientieren könnte. Daher will ich in diesem Video mal für ein wenig Transparenz sorgen. Also mal wieder. Ja, es gibt schon drei wertvolle Videos zum Thema Preise. Ich werde das Tempo hier ein bisschen abspeeden. Wenn ihr das Video nochmal in normaler Geschwindigkeit hören möchtet, euch ansehen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Wie gesagt, ich habe es hier oben verlinkt. Ich werde jetzt mal auf 1,5 schalten und dann werden wir mal sehen. Hier auf diesem Kanal ein Video, das dir die DJs mit den höchsten Einnahmen zeigt. Eines, was dir hilft, deinen eigenen Wert zu erkennen. Und eines, bei dem wir mal eine komplette DJ-Gage kalkulieren. Und zwar in ganz verschiedenen Varianten. Wenn du diese Videos noch nicht kennst, dann empfehle ich dir, die dir unbedingt mal anzugucken. Und in diesem Video gibt es mal eine Richtlinie, was du als mobiler DJ pro Jahr überhaupt mal so anstreben solltest. Los geht es nach dem Interview. Mein Name ist Mike. Ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Yes, Freunde, hier ist der Mike und in diesem Video sprechen wir mal über Geld. Also Money, Cash and Attash. Du weißt, was ich meine. Aber gleich vorab gesagt, dieses Video hier wird bestimmt wieder den ein oder anderen triggern. Ich weiß doch, wie das ist. Na klar, es hat ja auch mich getriggert. Also da hat er auf jeden Fall recht. Freunde, wenn man mit euch über das Thema Geld spricht. Aus meiner Sicht ist Geld auch nur einer von mehreren Faktoren. Neben den Zielen wie zum Beispiel Selbstverwirklichung oder auch Fame-Room, den man als mobiler DJ erreichen kann. Für mich selbst ist Geld zum Beispiel gar nicht der anstrebende Faktor in diesem Job. Aber für dich könnte er das zum Beispiel sein. Jeder setzt da eben andere Prioritäten. Finde ich übrigens einen guten Ansatz. Das sehe ich auch so. Also ich finde, gerade was das Thema DJing angeht, komme ich auch aus der sparte Passion oder einfach meine Leidenschaft. Natürlich spielt Geld auch ab einem gewissen Level oder ab einer gewissen Erfahrung eine Rolle. Weil man dann, oder wenn man sagt, man möchte das hauptberuflich bestreiten oder man möchte seinen Lebensunterhalt damit verdienen. Dann ist klar, es ist Geld auf jeden Fall ein wichtiger und auch primärer Faktor. Es sollte aber nicht der einzige Faktor sein, dass es nur ums Geld geht. Ich will dir da auch, bevor wir gleich starten, mal ein wenig was erklären, damit du das, was kommt, auch besser verstehst. In unserer Branche gibt es kein Berufsbild, also auch keine Richtlinie, wie hoch deine DJ-Gage sein sollte oder was man als DJ durchschnittlich im Jahr so verdient. Für den einen sind 1000 Euro unglaublich viel Geld. Ein anderer würde dafür morgens noch nicht mal aufstehen. Ich kenne das selbst so gut. Als ich anfing, habe ich mal für 60 Euro am Abend aufgelegt und konnte teilweise mein Benzin zum Tanken kaum davon bezahlen. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, wie es ist, wenn du den Mercedes einfach mal so aus der Portokasse voll tanken kannst, ohne ständig auf Spritpreise achten zu müssen. Was für den einen enorm viel Geld ist, ist für den anderen noch nicht mal ein Tagessatz. Schau mal, meine Mutter hatte für 400 Euro im Monat an der Tankstelle gearbeitet. Okay, bevor er jetzt wohl angeblich ein Beispiel von seiner Mom bringt. Er hat ja am Anfang gerade gesagt, dass er auch mal für 60 Euro aufgelegt hat. Und da möchte ich direkt einhaken und auch was dazu sagen aus meiner Erfahrung. Ich habe damals, wo ich noch Club-DJ war, das ist zum einen sehr lange her und zum anderen aber auch gar nicht so lange her, weil es gab zwei ganze Phasen, wo ich primär ein Club-DJ war. Und das war einmal zu meiner Anfangszeit, da war ich so 17 bis 19, 20, 14, 13, 14 Jahre her. Also einmal zu meiner Anfangszeit und dort war es klar, wenn man als junger Noobsi, als junger Neuling da gerne in die Clubs kommen möchte. Und da waren noch die älteren Resident-DJs, die sich die Platzhirschen, die wollten sich nicht gern den Platz sozusagen wegschnappen lassen. Und auch die Club-Betreiber, die haben sich gedacht, okay, da ist ein neuer, junger, motivierter DJ, der will das machen. Aber dann, unter welcher Bedingung natürlich, er bekommt dafür kein Geld. Also habe ich damals, ich weiß auch noch ganz genau, dass ich für einen Gig mal 50, waren auch schon Euro, 50 Euro bekommen habe. Klar waren es schon Euro. 50 Euro bekommen habe, aber ansonsten habe ich für die anderen Gigs auch kein Geld bekommen. Und das war auch völlig legitim. Aber jetzt kommen wir zu der zweiten Phase in meiner DJ-Karriere und das ist gar nicht so lange her. Und das war in Karlsruhe in einem Club, den gab es auch nicht so lange, leider. War ein cooler Club auf jeden Fall. Und ich habe dort aufgelegt und ich kannte auch den Club-Betreiber recht gut. Und wir haben einen Deal gemacht, dass ich quasi der Resident-DJ bin. Und ich habe das Ganze für ein ganzes Jahr gemacht. Und ich habe für keinen Gig einen Cent bekommen. Ich habe das Ganze kostenlos gemacht und habe lediglich Getränke bekommen. Und ich muss sagen, das war aber trotzdem extrem gut und auch nochmal eine schöne und gute Erfahrung. Denn ich war zwar schon ein sehr erfahrener DJ und habe das Ganze schon sehr lange gemacht. Aber dennoch hat mir das einfach nochmal auch so einen anderen Blickwinkel gezeigt. Und es war auch nochmal gut, auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, um einfach auch das Ganze nochmal ein bisschen anders wahrzunehmen. Aus dem Grund, wenn du dann von vornherein weißt, du bekommst jetzt hier keine Gage, könnte man meinen, man geht da jetzt an die Decks und man hat überhaupt keine Lust, weil einen das überhaupt nicht motiviert, weil man bekommt ja kein Geld. Also warum sollte man sich jetzt hier Mühe geben und jetzt hier quasi Blut und Schweiß verdrücken und quasi alles reinhauen und seine ganze Passion da reinlegen. Ich fand, es war komplett im Gegenteil. Es war einfach, ich habe das ja aus der Liebe zur Musik und zum Auflegen gemacht. Und deswegen war mir, wie wir es ja vorhin schon hatten, was ja der Mike Hoffmann auch schon gesagt hat, dass Geld gar nicht der primäre Faktor war, sondern es war einfach die Musik und das Auflegen an sich. Mit den Leuten im Club, was ja sowieso ein sehr intimes Zusammenspiel ist, weil die Leute sehr nah an dir sind, am DJ-Pult. Und da war das dann einfach eine wirklich gute Erfahrung und es hat einfach mega Spaß gemacht. Es hat wirklich richtig Fun gemacht, einfach zu zocken, also einfach aufzulegen. Einfach nur, ich habe natürlich dann auch Freiräume gehabt, ich konnte auflegen, was ich wollte. Es war sowieso relativ Open Format mäßig, aber an sich habe ich viel auch meine Musikeinflüsse mit eingebracht und habe viel House auch gespielt, viel Underground und viel Deep House, Melodic Techno, sage ich mal, was ich damit reinfließen habe lassen und diese Freiheit hatte ich dann halt auch. Wenn ich jetzt vielleicht in einem anderen Club, wo ich vielleicht eine sehr hohe Gage bekommen hätte, hätte vielleicht dann auch der Clubbetreiber oder der Manager hätte dann auch gesagt, hey, so und so geht es aber nicht, du musst hier genau nach unseren Vorgaben das spielen. Du darfst hier nur in diesem Bereich dich bewegen und nicht out of the box quasi dein Set durchziehen oder dein, was du gerade meinst, Freestyle mäßig. Ich kann da nur zu sagen, diese Erfahrung, wenn ihr, es geht nicht ums Geld und wenn ihr eine Möglichkeit bekommt, auch vor allem wo reinzukommen und quasi Verbindungen zu knüpfen und einfach mal aufzulegen, Erfahrung sammeln, einfach mal euch ein Level nach oben bringen, macht es. Es geht nicht ums Geld, es geht um die Musik, ums Auflegen, also deswegen, das ist das Beste, was ihr eigentlich bekommen könnt. Oh, da droppt er ja schon direkt quasi sein Verdienst oder sein Level quasi, er hat jetzt quasi gesagt, dass da wirklich Kunden für einen Abend für ihn 4000 Euro zahlen, damit sagt er ja quasi, was er verdient, das ist ja mal eine Hausnummer auf jeden Fall. Hören wir aber erstmal weiter und denkbar. Es ist eben eine andere Welt. Ein Unterschied zwischen einem Minijobber, wie eben meine Mutter gemacht hat, und einem Vollblut- oder Vollzeitunternehmer, also das, was ich bin. Ich beschäftige heute selbst Mitarbeiter auf Minijobbasis. Ich möchte, dass du das einfach verstehst, denn je nachdem, wie deine Welt aussieht und dein Empfinden für Geld ist, kann das, was ich dir gleich nenne, entweder ganz normal, entweder unglaublich viel oder auch vielleicht sehr, sehr wenig sein. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und wenn man über Geld spricht, triggert das immer irgendjemanden. Meistens den, der es nicht hat. Das ist leider so. Also, in unserer Branche gibt es kein Berufsbild und somit auch keine Richtlinie, was jemand verdient. Das habe ich dir in einem anderen Video schon gezeigt, wo die höchsten DJ-Gage von DJs dabei waren. Und Freunde, da sind Millionen-Gagen teilweise mit dabei. Es ist übrigens auch gerade bei uns im mobilen DJ-Bereich unglaublich schwer, an solche Zahlen zu kommen, wenn man nicht gut in der Szene vernetzt ist. Aber Gott sei Dank bin ich das ja und kenne dadurch auch viele Zahlen anderer DJs. Zudem ist das Thema Jahreseinkommen auch immer ein Teil meiner Personal-Coachings mit den einzelnen DJs oder mit euch da draußen. Vor allem meine Preis-Strategie-Coachings werden dafür hauptsächlich gebucht. Und ich habe natürlich auch eigene Zahlen als Erfahrung mit dabei. Damals, als ich das DJing auch nebenberuflich gemacht habe und natürlich heute auch, wo ich es schon seit einigen Jahren hauptberuflich mache. Also, lass uns starten und mal über ein paar Zahlen sprechen. Offen und direkt. Wenn du das DJing zum Beispiel nur zum Hobby machst, dann lernst du ja meistens noch. Und dann ist auch Geld verdienen oder der wirtschaftliche Aspekt gar nicht so sehr im Fokus drin. Deswegen nehme ich das Hobby einfach mal komplett mit raus. Der nächste Step wäre zum Beispiel das nebenberufliche DJing. Und du kannst jedes Jahr locker ca. 50.000 Euro als mobiler DJ machen. Und das wirklich nur nebenberuflich. Als hauptberuflicher DJ sogar 100.000 Euro. Ich sage es nochmal, wenn es jetzt wirklich ein bisschen zu schnell und zu direkt war. Nebenberuflich 50.000 Euro im Jahr. Also dann, wenn du noch einen anderen Hauptjob hast. Also, hier möchte ich direkt auch einhaken. Nebenberuflich 50.000 Euro. Lasst euch das nochmal ein bisschen auf der Zunge zergehen. Und ich glaube, also ich habe ja, habe ich euch ja am Anfang gesagt, ich habe das Video schon mal gesehen. Er droppt auch gleich ungefähr mit wie viel Gigs er quasi diese 50.000 und beziehungsweise dann hauptberuflich 100.000 verdient. Also, ich möchte aus meiner Erfahrung sagen, ich finde 50.000, also wenn man das durch 12 teilt, kommt ungefähr irgendwas mit 4,6. Ich habe jetzt gerade mein Handy nicht dabei. Jetzt gucken wir mal kurz hier. Was kommt da raus? Also, wenn wir 50.000 durch 12, ja sind wir bei einem monatlichen sozusagen, das ist natürlich jetzt brutto, da sind noch keine Abzüge dabei. Sind wir bei 4.166 Euro. Freunde, ich finde, ohne ihm, also wie gesagt, er hat ja, er hat ja, vorhin hat er erwähnt, dass da, es gibt da einfach Spielraum ohne Ende. Es ist nicht festgelegt, weil das kein richtiges Berufsbild ist, was ein DJ verdient. Er hat das auch verglichen mit irgendwelchen sozusagen DJs, die, oder Producern, die im DJ Mac unterwegs sind. Also, nehmen wir als Beispiel mal Calvin Harris, der da für ein Gig in Vegas zwei Millionen bekommt. Ich finde, das ist aber auch so nicht direkt zu vergleichen, weil das ein bisschen Äpfel mit Birnen zu vergleichen ist. Denn bei Calvin Harris oder anderen oder David Guetta oder, oder ein Lost Frequencies und, und, und. Da geht es mehr darum, dass die Leute wegen dem Künstler dorthin kommen. Also, ich finde, er sieht sich halt, das habe ich auch im letzten Video schon so ein bisschen gesagt, er sieht sich schon als ein bisschen, er hebt sich da ein bisschen ab oder will sich da ein bisschen ausklingen. Er sieht sich so ein bisschen, als er ist jetzt hier der DJ Mike Hoffmann und die Leute buchen ja ihn, weil sie wirklich ihn und seine Stimmung, die er macht, das habe ich im letzten Video gesagt, in dem Reaction-Video werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Da habe ich gesagt, dass es mir ein bisschen too much war, dass er sich ein bisschen natürlich da so ein bisschen nach oben hebt und sagt, er ist jetzt hier der, der besondere DJ. Und das mag auch alles sein. Ich finde nur, primär geht es dennoch eigentlich bei dem, bei diesem Bereich von DJing um eine, sage ich mal, reine Dienstleistung. Ich möchte nicht sagen, dass jeder gleich ist und dass das auch keine Rolle spielt, wen ich da jetzt buche. Natürlich nicht, aber ich an sich sind da schon viele Bedingungen oder viele Steps, die relativ ähnlich oder gleich gemacht werden. Also einfach die Struktur eines solchen Abends ist relativ straightforward und da ist jetzt eigentlich nicht so viel, dass die Leute dich buchen, weil sie jetzt den speziellen DJ wollen, weil sie alle da auf den DJ abfahren oder wegen seiner Musik, die er spielt. Und auch wenn er das so meint, dass das so sein soll, das sehe ich nicht so. Weil klar wollen die DJs, wenn sie die Erfahrung gemacht haben, zum Beispiel sagen wir, du legst auf eine Hochzeit auf und die Gäste merken, hey, der DJ ist echt ein guter DJ, leg coole Musik auf, das passt, das passt zur Stimmung, zum Abend, zu der Gesellschaft. Dann sagen die vielleicht, okay, ich möchte dich auch gerne für meine Feier buchen. Klar, das schon. Aber an sich sehen sie halt einfach, dass der DJ versteht, der DJ sein Handwerk versteht, versteht von dem, was er da tut und weiß, wie er auf die Leute eingehen muss, also Empathie hat und generell das Ganze gut einschätzen kann oder beziehungsweise einfach professionell betreibt. Er meint das aber immer so ein bisschen anders, dass die Kunden deswegen auch diese Preisspanne ist bei ihm da komplett offen und hat kein Limit, weil er meint, die buchen dann quasi ihn, weil sie wirklich ihn wollen wegen seiner geilen Stimmung und einfach wegen seinem Künstler-Dasein. Das sehe ich halt in der Branche einfach nicht so oder nicht so extrem. Ein Quäntchen spielt da mit eine Rolle, ein kleiner Prozentteil, aber der ist, würde ich sagen, sehr, sehr gering, spielt sich im 5-10%-Bereich ab und nicht 50% oder so. Es ist einfach nicht so zu vergleichen wie mit einem Calvin Harris oder einem David Guetta, wo ich einfach primär wegen seiner Musik dorthin will, die er macht, die er produziert, die genau mir gefällt. Das sehe ich einfach so nicht. Deswegen finde ich auch hier die Gage, die er da ansetzt oder die sagt, das ist so, er sagt das auch mit so einer Leichtigkeit. Er sagt da quasi, also nebenberuflich, ich mache noch einen anderen Hauptjob, mache ich hier kurz mal 50.000 nebenberuflich? Nee. Also Mike Hoffmann, das sehe ich auf jeden Fall nicht so. 50.000, das wäre 4.166 Euro brutto im Monat. Davon dann von mir aus Steuern, alles abgezogen und was nicht alles, deine ganzen Fixkosten und so weiter. Dann kommen wir vielleicht auf 2.500 bis 3.000 netto, je nachdem. Das nebenberuflich, das ist schon ein Hauptberuf. Also Leute, erzählt mir gerne was anderes, schreibt doch mal gerne unten in die Kommentare, wie ihr das seht. Aber also, lebe ich in einer anderen Welt oder hat ihr einfach nur ganz andere Vorstellungen? Vielleicht. Auf jeden Fall ist das für mich schon, also das ist für mich schon ein Hauptberuf. Also wenn wir das Durchschnittsgehalt eines Deutschen nehmen, ja, ich habe jetzt keine genaue Zahl, da liegt so dieses Durchschnittsgehalt eines Deutschen. Und dann will er jetzt hier sagen oder behaupten, ich mache mal kurz nebenbei 50.000 und habe noch einen anderen Hauptjob. Allein vom Zeitmanagement auch mal von abgesehen, das habe ich noch gar nicht mit einbezogen. Puh, I doubt it. Das bezweifle ich mal ganz stark. Aber wir hören erstmal weiter rein. Und 100.000 Euro oder sogar mehr, wenn du es hauptberuflich machst. Und ich sage es gleich, ja, du könntest auch viel, viel mehr machen. Aber dann opferst du irgendwann einfach zu viel Freizeit und du hast keine Zeit mehr, um das verdiente Geld auch zu genießen oder auszugeben. Diesen Fehler habe ich auch mal gemacht. 80 bis 90 Stunden die Woche zu arbeiten, ist einfach irgendwann zu viel. Das war dann auch der Punkt, in dem ich Mitarbeiter eingestellt habe. Okay. Also was mir auch noch so ein bisschen auffällt in dem Video einfach ist, dass er bis jetzt schon relativ viele Sachen beworben hat. Er hat jetzt schon drei seiner Videos erwähnt in Bezug auf DJ-Gage und da so ein bisschen so die Coachings. Und jetzt hat er gerade nochmal DJ-Schule eingeblendet und ich habe halt so das Gefühl, allein jetzt schon bei der Hälfte des Videos, in welche Richtung das geht. Und auch so ein bisschen mit dem ganzen Tenor, den er von Anfang an so setzt, ist so ein bisschen dieses Ganze, er versucht, glaube ich, oder er setzt bewusst die Latte sehr, sehr hoch. Also nicht nur ein bisschen hoch, sondern meines Erachtens ultra hoch. Ich finde einfach, dass das nicht realistisch ist. Ich möchte jetzt auch nochmal betonen, dass ich meine Meinung, ich möchte da nicht ihm sozusagen zu nahe drehen und ich möchte auch mal ihm nichts unterstellen im Sinne von, dass das nicht möglich ist und dass er das auch verdient, beziehungsweise das vielleicht für ihn im jetzigen Status, also in seiner jetzigen Zeit, in seiner mittlerweile jetzigen Erfahrung, wo er jetzt einfach steht als DJ, dass das vielleicht da super umsetzbar ist. Und auch, er möchte ja auch so ein bisschen sagen mit seinen Kursen, dass das super schnell zu erreichen ist. Ich finde aber, dass er da sehr viele Hoffnung weckt und ein bisschen die Leute damit, weil er hat es vorhin gesagt, dass das die Leute triggern wird. Ich habe so das Gefühl, er triggert aber damit die Leute auch tatsächlich in dem Sinne nämlich, aber nicht jetzt im Sinne von, dass die haten wollen und neidisch sind, sondern eher, dass die jungen, unerfahrenen DJs so ein bisschen das Gefühl bekommen, 50.000 nebenberuflich und 100.000 hauptberuflich, das ist ja extrem viel Geld, das will ich auch. So quasi dieses, gib mir mehr, ich habe Blut geleckt, so nach dem Motto. Und da weckt er so ein bisschen Hoffnung, die weiß ich nicht, ob die so zu erfüllen sind, die Erwartungen. Und ich finde es einfach ein bisschen over the top. Ich sage nur aus meiner Erfahrung, aus meinem DJ-Dasein mit über 15 Jahren, dass ich das nicht so sehe. Also klar, die Zeiten ändern sich auch mittlerweile und in den letzten Jahren, würde ich sagen, haben die DJs alle auch nochmal an Professionalität und auch an Know-how, was man als DJ so verdienen kann, was man generell für seine Dienstleistungen quasi verlangen kann, denke ich, hat es da nochmal einen Step gemacht. Das denke ich auf jeden Fall, aber ich finde einfach, das ist ein bisschen too much. Deswegen, lass uns einfach bei einer Durchschnittsarbeitszeit bleiben und damit erreichst du locker, locker diese Zahlen. Wie könnte sowas zum... Also ich weiß einfach nicht, woher er das nimmt, also dass er denkt, dass das so locker und einfach ist. Bitte glaubt mir, wenn ich das jetzt sage, er stellt das wirklich gerade so leicht dar, als wäre das quasi mit dem Fingerschnips erledigt. Ich mache mal kurz, ich kaufe mir einen Controller, ich gehe am besten kurz in sein Coaching und dann kann ich locker als DJ 50.000 nebenbei verdienen. Das entspricht nicht der Wahrheit. Okay, hier kommt gerade der Clooney rein. Ich weiß nicht, ob ihr ihn im Bild sehen könnt. Unser Kater. Ja, den einfach ignorieren. Also das ist einfach nicht so. Also erstmal braucht es... Man muss erstmal das ganze DJing erlernen. Das braucht einfach ein bisschen Zeit. Man muss sich einfach mal mit dem Handwerk und auch mit der Musik beschäftigen. Und das braucht einfach Zeit und Erfahrung. Und dann muss man einfach erstmal üben, üben, üben und Events machen. Und da quasi sich auch nach und nach von Level zu Level hocharbeiten. Von nichts kommt nichts und es geht nicht einfach von 0 auf 100. Und er stellt das so dar, so nach dem Motto, im übertragenen Sinne, kauft euch ein bisschen Technik, kommt am besten in meine Coachings oder in meine DJ-Schule. Und danach ist es ohne Probleme machbar, dass ihr 50.000 im Jahr nebenberuflich oder 100.000 hauptberuflich verdient. Ich finde, das ist nicht so und das wäre auch nicht gut, weil ihr habt am Anfang noch nicht diesen Wert sozusagen. Weil ihr einfach noch nicht dieses Level habt. Denn jede Schule, jede DJ-Schule, jeder Workshop, egal was, jeder Kurs, der kann euch nicht von 0 bis dorthin befördern. Deswegen auch nochmal so ein Appell von mir. Ich mache da quasi gerade Anti-Werbung. Aber das mache ich deswegen, weil ich davon nicht überzeugt bin in dem Sinne. Es ist eine gute Sache, sich weiterzubilden und einfach Know-how, sich auch von welchen, die vielleicht schon weiter sind, zu holen. Aber am Ende kommt es immer auf dich drauf an und dass du es auch umsetzt. Es bringt nichts, sich berieseln zu lassen, sich Input zu holen und dann aber damit nichts anzuwenden, das nicht umzusetzen, das nicht vielleicht nochmal zu hinterfragen, nochmal irgendwie umzudrehen, nochmal zu verfeinern und so weiter, sich damit auseinanderzusetzen, dann bringt es nichts, sich so in so DJ-Kurse zu gehen oder in eine Schule zu gehen oder für teures Geld irgendwas zu kaufen, um damit dann die Hoffnung zu haben, dass sich das dann von Level von 0 auf 100 oder von Level 3 auf 20 befördert. Dem ist einfach nicht so. Und deswegen auch nochmal hier, seid vorsichtig, kauft euch einfach auch nicht jeden Kurs. Es gibt heutzutage tausend, egal was, Personal Coaches, es gibt Persönlichkeitsentwicklungen, es gibt alles mögliche, Branding, es gibt hier DJ-Schule, alles mögliche. Aber im Endeffekt bringt euch das alles nichts, wenn ihr es tatsächlich nicht immer sofort anwendet. Also diese Kurse helfen nur dann, wenn ihr sie quasi konsumiert und Stück für Stück direkt auch wieder in die Praxis umsetzt und auch tatsächlich schon Events und so weiter habt oder generell auch schon vor Leuten spielen könnt. Denn wenn ihr das Ganze nur zu Hause für euch habt und nicht umsetzt, dann ist das eigentlich verbranntes Geld. Beispiel aussehen. Lass uns das mal durchgehen. Lass uns mal starten beim nebenberuflichen DJ und auch wirklich nur rein mit dem Auflegen. Ja, es gibt neben dem Auflegen noch mehr Einkommensmöglichkeiten als DJ, aber es geht wirklich nur um das reine Auflegen. 35 Bookings über das ganze Jahr verteilt. 35 Bookings über das ganze Jahr verteilt. Und das sind bei... So, und jetzt dazu auch nochmal kurz zu der Zahl. 35 Bookings. Leute, ganz ehrlich, 35 Bookings, er ist ja jetzt ja gerade noch bei dem nebenberuflich. Ja, also wenn ich das Ganze noch, wenn ich noch einen Hauptjob, also sagen wir mal 40 Stunden in der Woche nachgehe. Also ich gehe einen Hauptjob nach, der 40 Stunden die Woche hat, also 160 Stunden im Monat und dann noch 35 Bookings im Jahr. Lass mich nicht lügen, wie viele Wochen hat ein Jahr? 52 Wochen bedeutet 52 Wochenenden. 35 Bookings wären also schon mal so grob zwei Drittel oder drei Fünftel der Wochenenden, wo ich ein Booking habe. Und er will jetzt gleich auch noch sogar sagen, dass man freitags und samstags auflegt. Jetzt kommen wir zum Thema Zeitmanagement. Also es gibt vielleicht den Idealfall, ich bin alleine, also ich bin Single, ich habe keine Freundin, ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder. Und ich habe sozusagen erstmal so niemanden in meinem Umfeld, wo ich vielleicht Zeit aufwenden muss oder um den ich mich kümmern muss, beziehungsweise mit dem ich auch Zeit verbringe, also wo ich auch ein bisschen socialisen möchte. Dann wäre das rein in der Theorie natürlich machbar. Aber praktisch gesehen, in der Realität, bin ich der Meinung, nebenberuflich 35 Bookings. Wenn wir nicht den Idealfall nehmen oder nicht den Best Case, dann ist das zeittechnisch fast nicht machbar. Jedenfalls nicht, dass du dann irgendwann sagst, ey, das wird mir alles zu viel, ich kann nichts anderes mehr machen. Denn wir haben alle vielleicht noch irgendwie Hobbys, wir haben alle noch ein bisschen mal auch einen Tag, wo wir einfach vielleicht mal nichts machen möchten, einfach mal Energie tanken möchten, einfach mal auf die Couch uns legen wollen, einen Film gucken, Netflix und chill. Und dann sollen wir 35 Bookings machen, so easy peasy mal und noch einen Hauptjob. Und am besten ich habe, und wenn ich dann noch Family und Kinder habe, ja dann, dann gut macht. Also dann ist der Burnout und die Depression, glaube ich, vorprogrammiert. Und dann soll ich an dem Wochenende, nachdem ich die ganze Woche schon gearbeitet habe, soll ich voller Energie und voller Party und voller Vorfreude und gut gelaunt und mit morzi Stimmung. Kann sein, das ist natürlich auch typenabhängig. Da ist ja jeder anders. Es gibt Leute, die können gar nicht anders, die haben so viel Energie. Puh, ich merke schon, ich, oh Mann, ich rede mich hier über Kopf und Kragen in Rage. Also das ist mir alles ein bisschen zu, too much, also zu hoch gesetzt und auch zu leicht, wie er das schildert. Bei 52 Wochenenden mit jeweils zwei beliebten Wochentagen, also Freitag und Samstag, das ist ziemlich leicht, Freunde. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich habe einen Hauptjob. Ja, 40 Stunden ist vielleicht ein bisschen viel, nehmen wir 35, 37, spielt aber eigentlich keine Rolle. Also ich mache irgendwie acht Stunden pro Tag, Montag bis Freitag. Und dann soll ich am Freitag, obwohl ich am Freitag auch arbeite, wenn ich einen normalen Job nachgehe, gehe ich freitags arbeiten. Ja, es gibt die Ausnahmen, wo du dann irgendwie nur Teilzeit oder wo du vielleicht dann den Freitag nicht arbeitest, aber die meisten Firmen oder generell in so angestellten Jobs ist das eher nicht so. Und dann soll ich nach der Arbeit, also ich bin freitags wahrscheinlich dann irgendwie um sechs, sieben, acht aufgestanden, bin um acht, neun zur Arbeit und arbeite dann irgendwie bis 15, 16 Uhr. Da wird übrigens schon schwierig, auch überhaupt das zeitlich hinzubekommen, zu dem Gig rechtzeitig zu kommen. Denn wenn so ein Gig an einem Freitag, der startet nicht erst um 23 Uhr. So ein Gig, gerade eine Hochzeit, die geht in der Regel im Schnitt um 18 Uhr los. Das ist vielleicht sogar schon eher 17 Uhr. Und dann muss ich aber auch noch, ja, Auto kann vielleicht schon gepackt sein. Okay, das mache ich dann vielleicht am Donnerstag, also am Tag davor. Und habe dann das Auto gepackt, aber ich muss dann zum Event auch hinfahren. Und das, im Schnitt sind das auch eine halbe Stunde. Ja, und dann muss ich noch aufbauen. Also, da müsste er um 16 Uhr los, dann fährt er bis 16.30, 17 Uhr und dann müsste er aufbauen und dann haben wir 18 Uhr. Und dann ist das aber auch, dann ist da kein, da darf nichts, kein Stau sein, da darf nicht irgendwas anderes dazwischen kommen bei der Arbeit. Da darf nicht irgendwas zu Hause in der Familie sein, dass ich da irgendwie noch was machen muss. Da kann ich vielleicht noch schnell aufs Klo gehen, einen Kaffee trinken und dann ab, ab ins Auto und zum Gig. Und dann soll ich halt noch Energie haben und auflegen und beste Stimmung und da am besten noch bis 2, 3 Uhr auflegen. Und dann soll ich abbauen bis 4 oder bis 3, sagen wir mal. Dann nach Hause fahren, dann ist 4, ja. Dann kann und dann muss man auch direkt ins Bett. Das ist meiner Meinung nach auch nicht so einfach, wenn man gerade von so einem richtigen Peak kommt. Also quasi voll hyped und Mucke, laute Mucke und Partystimmung. Und dann soll ich sofort von dem Peak, zack, runter und ins Bett. Das geht meines Erachtens auch nicht. Da muss man erstmal ein bisschen runterfahren, vielleicht noch einen kleinen Absacker trinken, ein kleines Bierchen oder so. Und erstmal nochmal kurz, braucht man erstmal nochmal eine halbe Stunde, würde ich sagen, mindestens. Und dann kann man vielleicht mal so langsam ins Bett gehen. Dann sind wir aber schon bei 5, 6 Uhr morgens. Und dann schlafe ich, sollte ich nicht auch nur 5 Stunden schlafen, sondern am besten, sage ich mal, so 7,5 Stunden auf jeden Fall. Also sind wir schon bei halb 2, 2, sagen wir mal. Dann mit wach werden, dann sind wir schon bei 3. Und dann ist ja 3 Uhr. Dann kann ich eigentlich quasi schon wieder, Auto ist zwar gepackt, okay, vom Vortag noch. Und dann kann ich eigentlich schon wieder noch was essen und mich duschen. Und dann kann ich schon wieder los. Und das, also das ist ein Pensum, du. Das ist, mach du das mal. Ich möchte euch mal sehen. Das macht man mal ein Wochenende. Das macht man vielleicht auch mal noch ein zweites Wochenende. Aber mach das mal 35 Wochenenden im Jahr. Ja, Freunde, also ich, schreib mal unten in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich sehe das sehr kritisch. Und ich sehe das auch vor allem in Bezug auf, in Bezug auf, wie sage ich das, in Bezug auf Gesundheit kritisch. Also das ist auch nicht Sinn der Sache. Also ich finde, was er hier so locker und einfach vermitteln möchte oder verkauft, verkörpert, ich finde das auch, fände das auch gar nicht gut. Also das würde ich auch keinem raten, das so zu machen. Weil das ist für mich einfach nur, da brenne ich aus, da kriege ich einen Burnout, da bin ich fertig. Also ich habe genug Events schon gemacht und so ein Event ist nicht einfach so. Also vor allem, meines Erachtens, ist so ein Event, hat so ein bisschen Nachwirkung. Das zieht nach. Also erst mal ist es so, dass ich, erst mal, wenn ich von dem Gig zurückkomme, kann ich sowieso nicht direkt schlafen. Also da geht es nicht darum, weil ich jetzt Alkohol getrunken habe oder irgendwas oder Energy, zu viel Energy getrunken habe. Ich zum Beispiel, ich trinke kein Energy, also keine so Aufputschgetränke oder so, sondern ich trinke in der Regel Wasser, vielleicht mal eine Apfelschorle oder eine Johannisbeerschorle und vielleicht mal ein Bier zwischendurch auf so einer Party. Aber ansonsten in der Regel hauptsächlich Wasser. Vielleicht auch mal noch ein Espresso oder einen Kaffee, aber das war es dann auch. Und dann kommt man von so einem Event heim und das schlaucht. Also so ein Event am nächsten Tag, man fühlt sich trotzdem gerädert und ist einfach auch energietechnisch und auch körperlich beansprucht. Und das ist einfach ein Pensum, was er hier anschlägt, das finde ich nicht gesund. Also sowohl körperlich als auch für den Kopf. Ich finde das kein gesundes Pensum und das würde ich keinem raten, so mit einem Hauptjob noch nebenbei. 35 Bookings, wenn ich keinen Hauptjob habe, also keinen oder vielleicht nur, sagen wir, okay, Teilzeit, ja, dann sage ich, ist okay, dann kann man das machen. Aber so, vor allem wenn man dann halt auch noch irgendwie privat mit sich ein bisschen socialisen möchte oder noch Familie hat, sehe ich das nicht als gesund und gut an und man vernachlässigt dann auch andere Dinge. Das kommt natürlich darauf an, was ich priorisiere. Ich habe ja gesagt, wenn man jetzt Single ist und da jetzt nicht so Verantwortung für andere Leute hat oder für seine Familie, dann ist das nochmal ein bisschen anders, okay. Aber an sich würde ich das auf keinen Fall den meisten nicht raten, weil ich das nicht gesund finde. Ihr verfügbare Tage, die du einfach als Tage Zeit hast für 35 Bookings und du hast ja auch noch die ganzen Tage unter der Woche. Er sagt halt, dass du die einfach so frei hast, aber damit setzt er voraus, dass du diesen Idealfall hast, dass du keine Freundin oder Frau hast, dass du keine Kinder hast, dass du vielleicht nicht irgendjemand in der Familie oder in deinem Freundeskreis hast, für den du vielleicht auch gerne oder Zeit aufbringen möchtest, kannst, musst, wie auch immer. Und dann geht das vielleicht gerade so, aber er lässt halt komplett raus wieder, dass es halt auch noch andere Faktoren gibt, die wichtig sind, um auch halt ein gesundes Leben zu führen. Plus sogar noch die Sonntage. Also es ist relativ leicht, 35 Bookings zu bekommen. Und das bei einer kompletten Auftragssumme mit Technik, mit Anfahrt und allem, was dein Kunde noch so wünscht für die Party, für den Abend, sind das 1400 Euro pro Booking. Dass 1400 Euro keine Kunst ist, habe ich dir in dem anderen Video ja schon gezeigt. Und 35 Bookings mit 1400 Euro. Also jetzt hat er auch nochmal so dadurch, also er hat das ja runtergerechnet oder runtergebrochen mit diesen 50.000 quasi dann durch 35.000. Ich muss aber nochmal gerade gucken, ob das auch so, stimmt das dann auch? Also kommt glaube ich schon hin, aber wir gucken mal. 50.000 durch 35.000. Ja, er kommt auf diese circa abgerundete 1400 Euro durch, er nimmt die 50.000 und teilt die halt durch die 35 Bookings. Okay, so jetzt ist aber auch wieder ganz klar dahingestellt, er sagt das auch wieder mit dieser Leichtigkeit. Oh, das ist die falsche Seite, ups. Ah, wo ist es da? Also er sagt das halt auch wieder mit so einer krassen Leichtigkeit, dass ich 1400 Euro pro Booking ist kein Problem. Sehe ich auch nicht so. Ich finde, wenn ich in den ersten Jahren bin, wenn ich anfange, dann bin ich auch der Meinung. Und jetzt kommen wir nämlich auch zu einem anderen Punkt. Gut, es ist auch wichtig nochmal zu unterscheiden, kann ich 1400 Euro verlangen? Ist das machbar? Ist das möglich? Bestimmt. Es ist vielleicht möglich, dass ich, wenn ich jetzt mich gut aufstelle, ich habe vielleicht eine gute Webseite, ich habe einen guten Social Media Auftritt und ich quasi, man sagt ja auch gerne, fake it until you make it. Ja, also fake das Ganze, bis du es quasi irgendwann tatsächlich dann bist oder kannst, aber vorher eigentlich tust du nur so oder stellst nur dar, als bist du das schon. Oder gerade mit so, zum Beispiel mit Luxuskarren, man liest oder mietet sich ein Auto für den Tag, macht ein paar Bilder und meint hier, man verdient schon die fette Kohle und kann sich ein Lambo gönnen. Und der gehört einem aber gar nicht, also man hat das quasi so ein bisschen inszeniert gefakt, weil, um damit darzustellen, okay, ich kann jetzt hier meine Kurse oder was auch immer verkaufen, weil der hat anscheinend es geschafft. Der hat ein Lambo da in seiner Garage stehen, dabei gehört er ihnen gar nicht. Ja, das ist damit so ein bisschen gemeint, mit diesem fake it until you make it. Und ich bin der Meinung, das ist nämlich viel wichtiger, es geht gar nicht so darum, ob ich das vielleicht sogar bekommen kann für meine Events. Vielleicht ist das möglich. Ich bezweifle aber mal, dass ich am Anfang ohne wirkliche, dass ich quasi schon, wie sagt man, einen gewissen Namen habe in der Szene oder generell, dass die Leute einen schon ein bisschen kennen und da über Mundpapaganda oder über generell einfach da mich schon kennen und dann vielleicht auch anfragen. Deswegen bezweifle ich einfach mal, dass das so direkt geht, aber es ist bestimmt möglich. Ich bezweifle, dass das bei 35 Bookings, also dass ich da mit 35 Bookings mit dieser Gage am Anfang einfach so bekomme. Das bezweifle ich sowieso erstmal, aber dass das mal mit 1, 2, 3, 4, 5 Bookings vielleicht im Jahr geht, dass ich das quasi verlangen könnte oder dass mich ein paar, also an einer Hand abgezählt, mich damit buchen würden mit dieser Gage, wenn ich die anbieten würde. Also das ist auf jeden Fall natürlich machbar. Das ist jetzt aber viel wichtiger und die Frage, ist das so zielführend und macht das Sinn? Denn ich finde einfach, wenn ich einfach noch nicht dieses Level habe, dann sollte ich einfach auch noch nicht quasi eine Gage verlangen, die nicht meinem Level entspricht. Das finde ich einfach auch wieder nicht gesund und nicht gut, weil das kann eher kontraproduktiv sein. Und das lässt er auch ein bisschen raus, denn er möchte quasi damit suggerieren, du kannst das super einfach verlangen oder verdienen. Und ich glaube nämlich und bin da sogar eher überzeugt von, dass die meisten diese Gage, also der Average, der Average Wedding oder Hochzeits DJ verdient nicht 1400 Euro pro Gig. Diese These stelle ich jetzt mal auf, weil wir haben ja wohl wenig Zahlen, das stimmt wohl, das hat er ja gesagt und da stimme ich ihm zu. Es gibt nicht so diesen Richtwert oder diese Norm, wo an sich alle so ein bisschen messen oder orientieren können. Aber ich würde sagen, diese Average oder diese Messplatte, die liegt nicht bei 1400 Euro. Ja, wenn wir alle DJs nehmen, also wir haben, es gibt sehr, sehr viele Hochzeits- und Event-DGs und ich glaube auch die prozentuale Aufteilung von den DJs, also ob ich jetzt ein Wedding-DJ bin oder ein Club-DJ oder ein Alleinunterhalter oder so oder einfach nur ein Bedroom-DJ oder vielleicht ein Twitch-DJ, da ist auf jeden Fall der Wedding-DJ, also Hochzeits-DJ sind sehr, sehr viele. Ja, und im Schnitt verdienen die nicht 1400 Euro pro Gig. Das würde ich jetzt mal so behaupten, das ist mal meine These, die ich aufstelle, die ich so an meiner Einschätzung würde ich mal sagen, so das Average-Gage ist eher tendenziell deutlich drunter. Also vielleicht bei 700, 800, weil ihr dürft nicht vergessen, es gibt auch ganz, ganz viele DJs und die das vielleicht, ob sie es aus Unwissenheit oder aus, weil sie vielleicht auch erst anfangen oder aus, weil sie unbedingt günstiger als der andere sein wollen, so ein bisschen dieses Preis-Dumping-mäßige, das gibt es ja auch, diesen Konkurrenzkampf da, dass sie dann sagen, ich mache mich billiger als der andere, damit ich mehr Bookings bekomme. Und es gibt ganz, ganz viele DJs, die sich ihre Dienstleistung für, also Full-Service, auch mit Anlage, mit am besten noch Open-End, für 300, 250, 300, 350 Euro anbieten. Und damit möchte ich das nicht beurteilen oder verurteilen, auf keinen Fall, darum geht es auch nicht, sondern ich möchte damit einfach nur sagen, 1400 Euro, dass das locker machbar ist oder dass das so sozusagen der Average da wäre, auf keinen Fall. Ja, und jetzt nochmal zu dem, dass ich das auch nicht gut finde, wenn ich jetzt als DJ in meinen Anfängen bin, also die ersten 1, 2, 3 Jahre, dann bin ich auch überzeugt davon, dass ihr das nicht verlangen solltet. Weil es soll ungefähr einen gesunden Verlauf haben, je nach meiner Erfahrung, nach meinem, wie professionell kann ich das betreiben. Stehe ich dahinter, kann ich das wirklich auch bieten, bin ich dem auch quasi würdig oder kann ich das, bin ich dem Ganzen gewachsen, der Erwartung und auch der Gage? Weil ich finde, das wäre wie, vielleicht nehmen wir jetzt ein materialistisches Beispiel, ich kann ja auch nicht ein, quasi ein Auto verkaufen für einen Preis von einem Lamborghini und dann ist da aber ein, ja weiß ich nicht, ein Haufen Schrott drin, ja so nach dem Motto. Ja, also das geht auch nicht, also ich kann das machen vielleicht und damit sind auch manche, die sagen, ja passt, aber ein ganz großer Teil wird sagen, ich wurde hier gescammt oder verarscht und so ist es ja ein bisschen auch mit der Dienstleistung. Wenn ich jetzt 1400 Euro für meine Dienstleistung verlange und ich bin dann aber tatsächlich bei meiner Dienstleistung, komme da in Mords, in Schwierigkeiten und kann dem Ganzen einfach nicht, bin eben nicht gewachsen und habe extrem Probleme und kann da nicht adaptieren oder bin nicht flexibel und weiß nicht, wie ich denn mit den Situationen professionell und gut umgehen soll, dann werde ich dem Ganzen halt auch nicht gerecht. Und deswegen würde ich da vorsichtig sein, das ist dann so ein bisschen nämlich einfach, ja, man überschreitet dann so eine Grenze oder Schritte, wo man einfach noch nicht ist. Also man sollte da versuchen, stetig zu wachsen mit seinen Skills und dann kann man auch stetig mit seinen Preisen wachsen, aber nicht einfach so 1400 Euro für einen Gig verlangen, ja. Und das sagt er hier aber so, aber da lässt er das ein bisschen, auch ein bisschen beiseite. Das sind knapp 50.000 Euro im Jahr. Das ist das, was du anstreben solltest. Und ich sage es nochmal, das ist ganz ohne dich zu überarbeiten und auch einfach so nebenbei, neben einem Hauptjob locker machbar für jeden von uns. Außer du bist jetzt irgendwie wirklich ganz krass gehandicapt oder sowas, dann vielleicht nicht unbedingt, aber... Ich finde das echt ein bisschen krass, wie er das ausdrückt. Also er sagt wirklich, also ich finde sogar, er setzt ja eigentlich einen damit sogar indirekt unter Druck. Er, also er, wie sag ich denn das am besten? Er unterstellt ja quasi, wenn du das nicht packst, also wenn du nicht das hinbekommst, dass du locker 35 Events nebenbei, neben deinem Hauptjob noch machst, dann wärst du quasi gehandicapt. Das ist ja schon indirektes Mobbing. Also ich finde, lieber Mike Hoffmann, ich finde, dass du da ein bisschen vorsichtig sein solltest. Also das finde ich sehr, sehr grenzwertig, was du da von dir gibst. Also bitte auch nochmal der Appell an dich, wenn du das siehst, das Video, ich denke mal, du guckst dir das bestimmt an, dann denk nochmal drüber nach, was du da gesagt hast. Ich finde das echt nicht so, das finde ich auch echt nicht so cool, weil alles okay. Du magst deine Einstellung und deinen Standpunkt haben, aber da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil damit unterstellst du quasi allen, die so ein Pensum nicht fahren können, die werden dann quasi gehandicapt, die hätten irgendeine, ja ich sag mal jetzt Behinderung oder so. Und das finde ich schon, das finde ich schon indirektes Mobbing, weil ganz ehrlich, das ist meiner Erfahrung nach oder meines Wissens ganz heftiges Pensum und ich würde das auch nicht so fahren, wenn ich einen Hauptberuf noch nebenbei hätte. Und ich finde, damit macht er auch den Leuten enorm Druck. Also ich finde das nicht so okay. Also da würde ich sagen, denk nochmal drüber nach, schreib auch gerne vielleicht mal, kannst mir auch eine persönliche Nachricht schreiben oder einfach unter dem Video, schreib doch einen netten Kommentar, wie vielleicht, ob du das nicht so meintest oder so. Aber das finde ich, finde ich ein bisschen, echt ein bisschen krass. Das finde ich ein bisschen hart ausgedrückt. Also ich finde das ein bisschen, ja, grenzwertig. Auf jeden Fall. Bei jedem normalen DJ kannst du das einfach neben einem Hauptjob nebenbei machen. Bei einem Hauptjob. Aber vielleicht ist das auch nur meine verklärte Wahrnehmung. Vielleicht ist er auch ein Super Saiyajin. Ich weiß es nicht. Schreibt doch, schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Und vielleicht liege ich auch völlig falsch. Und ich kann einfach nur nicht so malochen, so schaffen. Vielleicht bin ich da einfach und sag, das ist mir zu krass. Das packe ich nicht. Und ihr seht das eher so wie er. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also, weil ich sehe es einfach nur so. Also, wenn ihr das auch so seht wie er oder anders seht wie ich, dann unten in die Kommentare auf jeden Fall. Beruflichen DJ könnte das dann auch zum Beispiel so aussehen. Und zwar 40 Bookings. Ja, gerade mal 5 Bookings mehr als vorher. Und zwar für je Für je 2.000 Euro Auftragssumme pro Gig pro Booking. Und eine ganz kurze Einschiebung. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere jetzt hier vor diesem Video sitzt und bei der Zahl 2.000 eine Schnappatmung bekommt, weil das für ihn bestimmt noch unvorstellbar ist. Ich kann dir offen und ehrlich sagen, das war es für den Mike, der mal 60 Euro am Abend verdient hat, auch. Aber 2.000 Euro ist keine Kunst. Das ist der Durchschnitt heutzutage in der Hochzeitsbranche. Ich kratze gerade zum Beispiel an den 4.000 und merke, wie es hier schwieriger wird. Glaube aber, dass auch das locker machbar ist. Also, mit 40 Bookings und 2.000 Euro Auftragssumme hast du schon mal 80.000 Euro im Jahr zusammen. Und ich kann dir eins sagen, die restlichen 20.000 Euro, die kommen mit allem zustande, was man so als weitere Einkommensströme oder Standbeine noch so nebenbei macht. Das DJ ist in diesem Bereich ja dein Hauptberuf. Und so hast du auch genug Zeit, dir weitere Einkünfte rund um das Auflegen aufzubauen. Du könntest zum Beispiel Musik produzieren und die dann verkaufen. Du könntest überschüssige Booking-Anfragen an andere DJs vermitteln. Du könntest eine DJ-Agentur eröffnen. Du könntest deine Technik verleihen und so weiter und so weiter. So, auch da. Also erstmal die 40 Bookings und die 2.000 Euro. Darauf möchte ich gar nicht so sehr eingehen, denn ich glaube, viel wichtiger ist, dass der Standpunkt oder generell die Situation mit dem nebenberuflich und 35 Events, und das habe ich ja jetzt gerade eben zu extrem ausgeführt, warum ich dem gar nicht zustimme und das auch nicht gesund finde und einfach nicht passend finde und nicht einfach auch die Gage 1.400 Euro nicht angemessen finde und nicht als Average zu sehe. So, die 40 Bookings, dass man die hauptberuflich schafft, auf jeden Fall locker. Man schafft da auch 60 oder vielleicht sogar 80 Bookings, weil das ist was ganz anderes, weil ich dann ja quasi keinen anderen Job mehr mache. Dann bin ich hauptberuflich DJ und kann quasi 24-7, kann ich quasi meine Zeit und meine Energie in das DJing, in die DJ-Tätigkeit stecken. Also da sehe ich 40 Bookings no problem at all und 2.000 Euro DJ-Gage, wenn ich es hauptberuflich mache, in der Regel bin ich dann halt auch schon erfahren und mache das mindestens 5 Jahre, wenn nicht eher 7 bis in Richtung 10 Jahre und habe dann auch wirklich ein Level und eine Professionalität und dann sage ich, okay, 2.000 Euro Gage kann man verlangen. Finde ich aber sogar auch noch als sozusagen hauptberuflicher Profi-DJ trotzdem auch noch viel, weil ich sage mal so, das kann man auch verlangen, aber ich sage es wieder nur aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung, es sind genug Leute oder Kunden bereit, das schon zu zahlen, aber ich finde auch, ist die Frage, bin ich wirklich auf dem Niveau? Weil es ist wie mit Autos, die meisten Autos kosten dann irgendwie 40.000, 50.000, aber es sind dann ein paar Autos, die wirklich aus der Reihe schlagen und wo dann ein Auto 200.000 oder mehr kostet und nicht, also ja, da ist auch eine gewisse Lücke und ich finde einfach, als hauptberuflicher DJ, ich würde mal sagen, so der Average liegt da eher zwischen 1.000 und 1.500 Euro, der Average. Ja, deswegen, dass dann Paar oder dass er dann da seine bis zu 4.000 Euro pro Gig verdient, mag sein, ist ja auch völlig in Ordnung, freue ich mich für ihn. Ich würde nur sagen, dass auch da 2.000 Euro ist schon auch wieder recht hoch gesetzt. Also man kann das heutzutage verlangen, dann finde ich, muss aber auch trotzdem der DJ dementsprechend die professionelle Technik haben, die DJ-Skills, ja, ich sehe immer wieder DJs und die meinen oder die da, ja, so ein bisschen darstellen, als sind sie da der Profi-DJ, die aber so eigentlich vom Auflegen, ich würde mal sagen, keine Ahnung haben. Die wirklich nicht mal richtig, die können nicht beatmatchen. Man muss es vielleicht heutzutage auch nicht mehr können, ich finde aber, das sollte sein, ja, beatmatchen können, die nicht wirklich mixen können, die, ja, die einfach die Basics nicht mal beherrschen und dann aber sich, ja, professionellen DJs schimpfen, finde ich auch immer sehr, sehr fraglich und da geht es dann halt nur um sich vermarkten, sich verkaufen und so ein bisschen, dass der Schein macht alles, also da auch immer vorsichtig. So, jetzt aber nochmal zurück auf dieses, was er gerade eben am Ende noch gesagt hat und das ist, finde ich, viel wichtiger. Hast du mich gerade erschrocken. Ja, also er will wohl doch nochmal im Video sein. Ich glaube, man hört ihn noch schnurren. Ey, das ist nicht für dich hier zum, sollst du ja nichts dann rummachen. So, Cloni, aber ich muss hier kurz das Video noch weitermachen. Auf jeden Fall hat er ganz gut. Also er sagt auch wieder das andere so ein bisschen mit der extremen Leichtigkeit, also dass man, er sagt ja, dass man mit nämlich 40 Bookings bekommt man quasi im Jahr, kommt man im Jahr auf 80.000. Ja, 40 mal 2.000 gibt dann 80.000. So, das wäre jetzt reines Booking, also mit den Gigs, die man einnehmen würde. Und dann sagt er, die restlichen 20.000, um halt auf diese 100.000 zu kommen, die macht man noch so einfach nebenbei mit anderen Einkünften, wie er hat Beispiele genannt, wie Musik produzieren. Was hat er denn noch so genannt? Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück, was er... DJ ist in diesem Bereich ja dein Hauptberuf. Und so hast du auch genug Zeit, dir weitere Einkünfte rund um das Auflegen aufzubauen. Du könntest zum Beispiel Musik produzieren und die dann verkaufen. Du könntest überschüssige Booking-Anfragen an andere DJs vermitteln. Du könntest eine DJ-Agentur öffnen. Du könntest deine Technik verleihen und so weiter und so weiter. Ja, auch da, also das ist soweit richtig, dass du... Das ist alles möglich. Die Sache ist nur immer die, die mich einfach ein bisschen bei ihm stört, ist, dass er das so verkauft, als wäre das alles so easygoing, als würde ich das einfach mal immer mit so einem Schnipser machen. Also alleine Bookings weitervermitteln an andere DJs, quasi da sozusagen noch eine gewisse Vermittlungspauschale. Also wenn ich jetzt einfach einen DJ, Kunden wollen mich buchen und ich sage, ich bin leider schon verbucht und ich habe aber hier einen DJ-Kollegen, der mir in nichts nachsteht oder der einfach auch das Ganze professionell betreibt und dem quasi das Booking sozusagen jetzt, sage ich mal, verkaufe. Das kann man machen, ist aber auch immer mit Arbeit verbunden und ist oft auch nicht so... Also so einfach ist das nun auch wieder nicht. Erstmal ist wichtig, du brauchst ein gutes Netzwerk. Er sagt ja, er hat ein gutes Netzwerk, muss man aber dann auch haben, ein gutes Netzwerk. Also gutes Netzwerk, damit ist auch gemeint, ich brauche andere DJs, die auch wirklich, wo ich mir sicher sein kann, die sind zuverlässig, die sind professionell, die sind einfach gute DJs und wo ich quasi meinen Ruf auch nicht schädige. Und dann muss der DJ aber auch Zeit haben, was oft nämlich fraglich ist, weil der DJ hat dann oft, weil er halt auch ein guter DJ dann ist, wenn ich jetzt, sage ich mal, mir meine guten DJ-Kollegen und ich möchte das an den weitergeben, dann hat der in der Regel an dem Datum wahrscheinlich auch ein Booking. Und wenn ich dann jetzt aber das ableite und sagen würde, okay, dann gebe ich es halt an irgendeinen DJ, der halt Zeit hat, dann ist wieder die Frage, ist das dann aber auch ein guter DJ? Ist der zuverlässig? Macht der einen guten Job? Schädigt der nicht meinen Ruf? Und das möchte ich ja auch nicht. Also das ist nicht so einfach, wie er das sagt, dass ich einfach mal kurz das Booking einfach abgebe, weil ich möchte das ja jetzt nicht DJ XY abgeben und nachher versaut er alles und dann sagt der Kunde, ist nachher echauffiert und ist am Boden zerstört, weil die Feier in die Hose ging oder die Feier ruiniert wurde. und der sagt, also nie wieder über diesen DJ werde ich irgendjemanden buchen oder den werde ich nie wieder weiterempfehlen. Vielleicht noch viel schlimmer, ich werde schlecht über diesen DJ reden oder generell, wenn ich gefragt werde, hey, welchen DJ, wir besuchen DJ, ihr hattet doch da mal einen DJ, ja, dann reden die noch schlecht über dich. Also das ist dein Ruf, ja, Rufschädigung. Also das ist auch immer in der Praxis nicht so ganz einfach. Ich möchte übrigens hier nicht so, also ich möchte kein Pessimist sein. Ich will nur sein Optimismus oder generell seine Leichtigkeit, dieses Ganze so easy peasy einfach ein bisschen zurücknehmen und sagen, wie ich das Ganze sehe, dass ich dem Ganzen halt einfach nicht zustimme und das nicht so als Leichtigkeit und so Flups von der, mit, mit, wie sagt man, mit links das mache quasi. Deswegen rede ich da quasi jetzt immer so pessimistisch und immer eher mal so nach dem Motto vorsichtig, kleine Brötchen backen, weil das einfach nicht so einfach ist. Weil bis ich dann mal an so einem Punkt bin, wo ich das mit wenig Aufwand quasi an andere DJs vermittel oder ich mit wenig Aufwand und Musik produziere und damit Geld mache, also das ist auch so ein Ding. Musik produzieren, ich selber, ich produziere Musik. Er, glaube ich, soweit ich weiß, nicht. Deswegen kann er da zum Beispiel auch, glaube ich, nicht aus Erfahrung sprechen. Ich kann euch sagen, Musik produzieren und dafür Geld zu bekommen, kann eine Möglichkeit sein, aber es gibt sehr, sehr viele. Also die Musikindustrie, die ist voll von Producern, von Songwritern, von da den Shot zu bekommen oder da einen Namen sich zu machen, ist nicht so einfach und macht man ganz sicher nicht über Nacht. Und das dauert Jahre. Und wenn ich Glück habe und vielleicht irgendwo gut Vitamin B habe, kann es passieren, dass ich über Nacht oder mit einem Sprung quasi mich in die Champions League befördere. Aber an sich ist das nicht quasi die Regel. Ja, wenn ich produziere, brauche ich auch erst mal Jahre, um vernünftig zu produzieren. Also ich kann hier nicht einfach mal kurz ein DAW aufmachen, Digital Audio Window, ne, Digital, also ich kann nicht einfach mal kurz ein Ableton oder ein FL Studio oder Logix aufmachen, mal kurz ein paar Beats aneinander kleistern und mal kurz eine Melodie drunter hauen und sagen, so, ich habe jetzt hier den Welthit produziert. Also auf keinen Fall. Wenn ich hier Clubmusik produziere, die ist zwar ein bisschen minimalistischer und einfacher zu produzieren als jetzt ein Popsong mit Vocals und allem, da kommen wir noch zu einem ganz anderen Problem, dann produziere ich das und es gibt aber Millionen andere junge Producer, die einen Level haben, das ist so topnotch, da muss ich erst mal rankommen. Und da komme ich ganz sicher nicht ran, wenn ich das Ganze erst mal ein, zwei Monate mache und vorher noch nie weiß, wie habe ich an so Beats geschraubt. Also deswegen finde ich das auch, da muss man ganz vorsichtig sein, wenn man damit sich so umwirft und sagt, ja, das mache ich hier mit Links und hier einfach Kohle verdient. Dem ist einfach nicht so. Ich könnte mich da in Rage reden, weil das einfach nicht der Realität entspricht. Es gibt da hunderte Möglichkeiten, neben dem DJing noch weitere Sachen zu machen und damit einfach auf die 100. Also wichtig ist da einfach, dass das alles Zeit braucht. Egal, ob es Musik produzieren ist, sich ein Netzwerk aufbauen, wo ich gute DJs habe, die auch Zeit haben, wo ich quasi meine Gigs, die ich nicht betreiben kann oder die ich nicht bespielen kann, dass ich die weitervermittle und dafür noch eine Vermittlungspauschale bekomme. Das ist alles ein weiter Weg und das ist nicht mal kurz von heute auf morgen gemacht und deswegen sehe ich das halt immer kritisch und das ist einfach ein langer Prozess und das dauert. Und das ist auch viel mit auch mal Rückschlägen und Frustrationen beinhaltet und das lässt er halt raus und das finde ich leider ein bisschen schade, weil er verkauft das hier, als wäre das das Einfachste der Welt und auch vom Zeitmanagement mehr her, das ist easygoing und das kann ja jeder schaffen und ansonsten wäre ich gehandicapt. Finde ich sehr, sehr grenzwertig, dass hier ausdrückt. Wenn du das hauptberuflich machst, das läuft ganz von allein. Trust me, vertrauen wir da einfach. Nein Freunde, das läuft nicht von allein. Da würde ich jetzt halt auch, ich finde es nicht so cool, dass er da sagt, das läuft von allein, trust me. Ich weiß nicht, warum er das sagt, warum er das so verkörpern will, weil ich finde das einfach nicht gut. Das entspricht nicht der Wahrheit meines Erachtens und ich wäre ganz vorsichtig. Du siehst also, 50.000 Euro als nebenberuflicher DJ und 100.000 Euro als hauptberuflicher DJ ist so das, was du aus meiner Sicht anstreben solltest, als Jahresumsatz. Okay, davon gehen später noch Steuern, Versicherungen, Kosten, alles und drum und dran ab. Wir reden nicht von Gewinn, wir reden wirklich von einem Umsatz, den du im Jahr mit dem DJing, mit dem Auflegen als mobiler DJ, vor allem im Bereich Hochzeiten locker machen kannst, Freunde. Wichtig, damit du einfach mal ein paar Zahlen kennst. Yes, ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Zahlen einfach mal eine Orientierung geben. Hast du diese Zahlen vielleicht selbst sogar noch nicht? Willst sie aber erreichen? Dann prüf doch einfach mal, woran es liegt. Fehlen dir vielleicht Aufträge, Bookings, um 35 oder 40 Aufträge zu bekommen? Dann empfehle ich dir meine Unterstützung zu holen, um dich in einem Marketing oder in deinem Marketing zu verbessern. Ist deine Gage vielleicht geringer als der Durchschnitt mit 1.400 oder 2.000 Euro? Dann empfehle ich dir, mein Preisstrategie-Coaching zu nutzen, um das zu ändern. Hey, es liegt alles in deiner Hand. Mach was draus. Alles, was du dafür brauchst, wenn du es nicht hast, sind einfach zwei Stunden Coaching mit mir zusammen. Und ich sage, danke fürs Anschauen für dieses Video. Ein weiteres Preisvideo hier auf diesem Kanal, wenn dich eins der anderen Preisvideos interessiert. Okay, abschließend. Er hat ja jetzt gerade die Überleitung gemacht von dem, dass das einfach zu erreichen ist. Und dass man, wenn man da nicht ist, dass man dann sich fragen sollte, woran es denn liegt. Und da hat er natürlich die ideale Überleitung gebracht zu dem ganzen, ja, zu seinem Personal Coaching, zu einem Preis-Coaching. Quasi genau die, wenn es daran liegt, ich habe zu wenig Bookings oder ich habe zu wenig Gage, die, ich bekomme noch nicht so viel Gage, dann hat er jetzt die Überleitung zu seinen Coachings gebracht. Das darf er machen, natürlich, klar. Das ist einfach, er macht einfach Werbung für seine Schule oder für seine Coachings. Na klar, da möchte ich nichts dagegen sagen an sich. Ich finde einfach nur, wie er das vorher eingeleitet hat, ich finde, das war sehr kalkuliert. Luke natürlich gemacht mit den ganzen Latten, die er extrem hochgelegt hat, mit diesen Messlatten, mit diesen Average-Gigs und Gagen, um genau dahin zu führen, um dir diese Illusion zu geben, wow, ich habe nur 15 Events im Jahr und ich verdiene pro Event vielleicht nur, sag ich jetzt mal, 300, 400 Euro. Irgendwas mache ich ja falsch. Und er zeigt mir offensichtlich, dass das super einfach ist, um quasi 35 Events nebenbei zu machen und dann 1.400 Euro zu verdienen. Da sehe ich halt den Knackpunkt. Das finde ich einfach nicht so ganz realistisch und das finde ich ein bisschen schwierig, wie er das hier verkauft. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich finde das einfach kritisch. Ja. Ich habe mich, glaube ich, in dem Video Millionen Mal wiederholt. Leute, ich werde mal gucken, wie ich das ein bisschen zusammenschnibbel, weil ich habe jetzt auch mich wieder hier um Kopf und Kragen geredet. Aber ich finde es einfach sehr kritisch, wie er das Ganze hier so ein bisschen verkauft und vermittelt mit diesem, wie einfach das doch ist und wenn du da nicht bist, dann komm in meine Coachings. Ist mir ein bisschen zu sehr auf dieses Verkaufen. Er will quasi seine Coachings verkaufen. Aber das ist jetzt nur meine subjektive Meinung. An sich, wie gesagt, ich möchte noch mal betonen, dass ich dieses Reaction-Video... Moment mal, jetzt flackert hier mein Licht. Irgendwie hat mein Licht, oder ich weiß nicht, ob es immer noch flackert. Aber okay. Also ich möchte noch mal betonen, ich habe dieses Reaction-Video gemacht, weil ich sehe, dass ich oder ich der Meinung bin, dass ich dazu einen gewissen Standpunkt habe und aus gewisser Erfahrung, weil ich das Ganze seit 15 Jahren betreibe und auch eine DJ-Agentur seit über 8 Jahren betreibe und deswegen da auch wirklich eine fundierte Meinung zu abgeben kann. Ich finde es wichtig, wenn man erstens Reaction-Videos macht und vor allem, oder wenn man einfach Kommentare unter Videos abgibt, dass man die nicht einfach nur macht, um jemanden irgendwie zu haten oder einfach nur um sinnlosen Senf dazuzugeben, um einfach irgendwas Negatives reinzubuttern oder einfach um... Ich weiß es nicht, warum man das macht, aber das finde ich einfach nicht gut, das solltet ihr auch nicht machen. Und deswegen möchte ich da noch mal appellieren, dass mir das ganz wichtig ist, dass ihr auch noch mal lieber zweimal überlegt, muss ich dazu jetzt wirklich was sagen oder wenn ihr euch einfach mitteilen wollt, dann macht das doch bitte entweder konstruktiv oder einfach mit einem guten, freundlichen Feedback und nicht einfach mit Hate oder mit einfach nur irgendwas, damit ihr Hauptsache, ihr gebt euren Senf dazu und redet irgendjemand schlecht oder so. Das ist mir ganz wichtig auf jeden Fall und deswegen auch hier. Ich habe natürlich jetzt sehr viel gegen Mike Hoffmann gesagt. Auf jeden Fall ist es so, dass ich abschließend sagen möchte, dass Mike Hoffmann schon mit vielen Videos, vielen DJs weitergeholfen hat und ich auch gewisse Dinge von ihm schätze. Ich stimme ihm nicht immer zu oder bin da nicht immer gleicher Meinung. Dennoch habe ich auch viele Punkte, wo ich sage, da macht er vieles richtig und das ist auch so. Und ich glaube auch, dass er ein wirklich guter Hochzeits-DJ ist, weil er da wirklich sehr viel Erfahrung mittlerweile hat und das Ganze auch wirklich Hand und Fuß hat. Ich habe ja auch zwischendurch im Video schon gesagt, mit so Coachings alleine bin ich definitiv nicht überzeugt, dass es damit getan ist. Es ist immer an dir selber, dass du an dir arbeiten musst und das Ganze reflektieren, am besten reflektierst und umsetzt. Und wenn du so Coachings nimmst oder so eine DJ-Schule besuchst, dass man da immer mit einer gewissen Vorsicht reingeht, dass man das auch wirklich nur macht, wenn man auch weiß, okay, ich habe die Kapazitäten, um das Ganze auch dann tatsächlich umzusetzen. Wenn ich diese Kapazitäten von der Zeit her oder so oder wenn ich vielleicht gar keine Events habe, dann kann ich das gar nicht gleich umsetzen und auch nicht damit quasi dann ein bisschen so, wie sage ich, vergleichen. Und deswegen bringen dir meines Erachtens so Coachings auch einfach nicht, wenn ich jetzt einfach nur dieses Coaching nehme und dann aber das Coaching quasi liegen lasse, also sozusagen danach dann wieder meinem alltäglichen, meinem Job nachgehe, meinem alltäglichen Leben. Und dann habe ich das Coaching genommen, habe vielleicht ein bisschen an Wissen mehr, also habe ich da weitergebildet, aber wenn ich es nicht anwende, dann bringt mir das nichts. Deswegen ist Wissen immer nur teilweise hilfreich. Es ist auch wichtig, das Ganze umzusetzen. Ich denke, ich habe genug geredet. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie ihr zu dem Ganzen steht, und ob ich vielleicht auch, was ich vorhin so alles gesagt habe, gerade in Bezug auf 35 Events mit einem zusätzlichen Hauptjob noch, ob ihr sagt, das ist ja easy möglich und ihr da Mike zustimmt, könnt ihr mal ein bisschen abstimmen oder eher mir zustimmen und sagt, das ist schon ein bisschen krass, wie er das so darstellt, als wäre das so easy going und locker machbar. Und wenn man das nicht hinbekommt, ist man quasi gehandicapt. Und ansonsten auch so ein bisschen zu den Preisen. Also ich habe ja auch mal ein bisschen so eine Norm gesagt und ich finde einfach, dass er die Latte da deutlich zu hoch ansetzt. Und dass das möglich ist, schließe ich auf jeden Fall nicht aus. Ich finde nur einfach so, der Average ist einfach meines Erachtens nicht dort. Und ansonsten muss ich sagen, ich stimme ihm in vielen Punkten da jetzt nicht überein. Ich habe natürlich jetzt viel gegen seine Standpunkte gesagt. Ich möchte aber auch nochmal betonen, dass mir wichtig ist, wenn ihr Reaction-Videos macht oder Feedback gebt, dass das immer konstruktiv ist und dass ihr trotzdem den anderen schätzt und würdigt. Und deswegen auch hier, ich schätze trotzdem den Mike Hoffmann und ich finde auch, dass er viele Sachen wirklich gut macht. Er hat ja auch sehr, sehr viele Videos schon gemacht, viele Tutorials und einfach damit bestimmt auch schon sehr vielen DJs, vielleicht auch dir, schon geholfen. Und deswegen sage ich nur, das ist nichts gegen ihn persönlich, sondern einfach nur, ich finde, dass dieses Video nicht, dass da ein paar Punkte waren, wo ich sage, das finde ich nicht so ganz in Ordnung, wie er das dargestellt hat. Und da kann er oder Mike, da kannst du mir auch gerne einfach einen Kommentar oder eine persönliche Nachricht da lassen. Dann bin ich da auch gerne offen für Diskussionen. Und ansonsten würde ich sagen, ja Freunde, ich glaube, das war es jetzt auch wieder mit dem Video. Das ist natürlich wieder kurz und bündig geworden, wie immer. Ich denke mal, wir sind locker bei 50 Minuten. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch mehr. Keine Ahnung. Sehr viel geredet. Auf jeden Fall hatte ich sehr viel dazu zu sagen. Das hat mich auf jeden Fall getriggert. Und lasst auf jeden Fall ein bisschen Liebe da. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ich mehr solche Videos machen soll oder ihr das möchtet, dann lasst es mich auch auf jeden Fall wissen. Wenn ihr jetzt noch gerne weitere Videos sehen wollt, zum Beispiel ein weiteres Reaction-Video, dann werde ich euch das hier einmal verlinken. Ja, das ist das Reaction-Video zu Mike Kaufmann in Bezug auf DJ-Agenturen. Was ihr da wissen solltet oder was viele nicht wissen, das werde ich euch hier verlinken. Und ansonsten könnt ihr einfach weiter in meiner Infobox hier schauen. Da habe ich auch ein paar Videos verlinkt. Da habe ich auch den guten Mike Kaufmann verlinkt. Checkt ihn auf jeden Fall auch mal aus. Er macht auch auf jeden Fall sehr viel Content in Bezug auf DJing, Auflegen, Tutorials. Aber mittlerweile auch einfach so, wie stelle ich mich als Marke auf, als DJ und wie vermarkte ich mich besser. Damit sind wir auch am Ende bei dem Video und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ich bin raus und ciao. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.